Kennt ihr die hier noch? Die hier stehen? Hab ich lange nicht gesehen, die Leute. Wir haben ja ganz relativ am Anfang des Spiels getroffen, in den Montbroker Sümpfen. Da haben wir ihm bei der Zubereitung seines Kristallvitriols geholfen. Und jetzt hat sich Halkorium als Dank dafür bei uns im Haus eingenistet, fällt dem Zwergenverwalter, der hier steht, in dem Regal auf die Nerven und stellt Ansprüche. Und seinen Hansel hat er gleich mitgebracht, sein Lehrling. Der eine, der noch nicht zum Zombie geworden ist. Wer war Trall da noch gleich? Der Ritter von den Silberfällen, der mit dem Drachenaugel. Den wir im letzten Außengebiet mit der Hexe mit Malgorra. Ich komme gerade von Hesinde-Tempel. Das Orakel eröffnet mir, dass ich durch das Auge des Drachen meine weiteres Schicksal offenbaren wird. Doch weiß ich nicht, wie man seine Kräfte entfesselt. Hochwürden, Dorion, wähnt er euch als großen Magier im Besitz des Wissens um die Benutzung dieses Artefakts. Gewiss doch, gewiss doch, weiß ich alles. Lass mal kicken. Berge, in der Götter schmied die Waffen für den großen Kampf aus der Esseschöpf, tief im Berge, wo gepeinigte Seelen auf ihrer Lösung warten. Wartet, was meine ich meine, euer Herz begehrt. Was habt ihr alles zu bedeuten? Oh, großer, weiser Zauberer. Euer Weg führt euch nach Murulosch. Schöner Name. Gesundheit. Mein Freund, die Hauptstadt der Zwerge, weit im Ambossgebirge. Doch ist der Zugang nach Murulosch nicht gerade in jedem Landstreich erlaubt. Nur auf geheißtes Zwergenkönigs Arombolosch kann euch Zugang zuteil werden. Das war sehr schön. Am besten ihr fragt Graf Grovin. Er kann euch sicherlich besseren Rat geben, wie ihr nach Murulosch geht. Das machen wir. Okay, Grovin. Forschung. Mit Grobi müssen wir jetzt reden. Genau. Zur Sesamstraße. Genau. Können wir mit unserem Verwalter reden? Hören, wie der dem auf den Sack geht? Das können wir machen. Oh, hier. Zu Diensten. Eine Frage, ja, ja. Mischstreiter, Anwesen. Nö, okay. Hätte ja sein können, dass er sich beschweren möchte. Das hätten wir ihm gegönnt, sich einmal bei uns auszukotzen. Irgendwo muss er es ja machen. Ja. Wollen wir die Amazon-Quest nochmal probieren? Wir können es jetzt probieren. Das ist Amazon-Quest zweiter Versuch. Genau. Oder dritter. Vierter. Also zweite Folge. Noch mal ein weiterer Versuch. Amazon zum fünften. Dann müssen wir nur Rulana vorher vielleicht auch nochmal eine Nahkampfausrüstung besorgen, nachdem ich ihre verkauft habe. Ja, dann lass uns mal zum Markt gehen und mal gucken. Was benutzt sie noch gleich? Säbel. 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 Na gut, holen wir ihr einen Säbeschnäbel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was konnte sie denn nochmal? Kampftalentung. Säbel. Säbel, ja. Säbel sieht ganz gut aus. Ja. 17 kann man machen. Kann man machen. Gut, wo kriegen wir die jetzt her? Bei welchem Marktstand? Ja, es gab hier irgendwo, gab es hier einen Waffenhändler. Ist das nicht? Ne, das ist der florestanische Schlingeling-Ding-Mensch da. Schlingeling-Ding? Mhm. Ist das ein Wort, ja? Jetzt ja. Gut. Zitate. Mal gucken, der hat Rüstung. Da gab es auch irgendeinen Waffenhändler. Da drüben ist er. Ein Waffelhändler. Genau. Massenvernichtungswaffeln. Lecker. So, Randa, wir brauchen bitte Ihren besten Säbel, der Herr. Genau. Geben Sie uns einen Säbel. Bastardschwert, Kampfstab, Säbel da. Ich hatte noch andere Sachen mit Säbeltalent. Ne. Irgendwie nicht. Das ist nicht dasselbe. Das ist kein Säbel. Nehmen wir einfach den und ein Schild. Bringt das Eisenschild irgendwas? Das würde ich schon parieren dann besser, ne? Minus 2, 5. Ja gut, dass er jetzt nicht ein Schild des Fandral ablegt, ist irgendwie auch klar. Ja, genau. Egal. So, dann rüsten wir sie mal aus. Kriegt sie jetzt hier ihren Nahkampfschild. Achso, er hat jetzt einen Säbel natürlich. Kink. Man muss ja alles an sich reißen. So ist er. Ja, cool, ja. Was haben wir denn hier noch? Ach, das haben wir schon ausgewertet, ne? Kettenhemd mit Wappenroh. Achso, das ist das, was Tralda uns verdienen hat. Doch, das ist, bei dir siehst du ein anderes Wappen drauf. Ist der besser? Weiß nicht, der hat 12, 16 insgesamt. Ne, 14. Genau, der sieht besser aus. Eindeutig. Aber ich lege den spaßeshalber mal an, kurz, dann sehen wir nämlich, dass wir jetzt nicht mehr das Wappen der Stadt Fairdog auf dem Rücken haben, diese drei Türme, sondern den hüppenden Hirsch hier. Der hüppende Hirsch? Der hüppende. Der heißt übrigens wirklich so. Genau, auch mit ün, der Hirsch. Naja. Genau, der hüppende Hirsch. Mit Doppel-P. Genau. Ja, und das könnten wir jetzt auch mit dem, also quasi damit unsere Verbundenheit mit dem Tralda das Haus kundtun. Das wäre jetzt fürs Rollenspiel, wäre es jetzt fantastisch. Genau, aber das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Wollen wir nochmal ganz kurz in die Fähigkeiten gucken, bevor wir runtergehen? Ja, achso, dann können wir. Ob wir vielleicht, genau, das können wir dann danach speichern. Nur, dass wir jetzt vielleicht nochmal irgendwie einen Punkt irgendwo vergeben oder sowas. Vielleicht noch einmal ein bisschen. Weil wir haben ja schon wieder 700, beziehungsweise 400 Punkte am Start. Könnte man ihnen halt einfach auch nochmal ein bisschen, also vielleicht jetzt keine Pflanzenkunde, die brauchen wir nicht. Ne, generell Selbstbeherrschung. Wegen der Wunden. Wegen der Wunden, ja, warum nicht. Könnte man nochmal zwei Punkte geben. Machen wir und Leben. Leben ein bisschen mehr. Läuft immer. Du musst noch bestätigen bei ihr, ne? Ja, ich kann ja dann auch für alle mit bestätigen, sozusagen. Naja, gut. Und er könnte... Da haben wir richtig viele Punkte. Da könnten wir eigentlich auch nochmal eine Haupteigenschaft verbessern. Einfach, weil das beeinflusst ja dann alles, was Kämpfen und so angeht. Genau, mal gucken, Selbstbeherrschung, ganz zum Beispiel auch Mut, Konstellation, Körperkraft. Ja. Und seine Kampftalente, die sind bei ihr Körper... ...wahrscheinlich Kraft und... Ja, das sind Schwerter sind maximal. Ne, ich meine, die sind ja auch... Achso. Die werden davon nicht beeinflusst. Okay. Also, warte mal Mut, Körperkraft. Machen wir mal Mut einfach nochmal ein Plus. Ja, man soll ja immer das steigern, wo man eh schon dann gut ist. Genau, und dann... Wo man kann auch noch Selbstbeherrschung ein bisschen... Genau, und unser Leben geht nicht mehr, aber gut. Ne, gut. Ist doch in Ordnung. So. Gut. Die anderen sind egal. Ne, die können wir auch... Machen wir die auch gleich mit. Machen wir die direkt mit. Machen wir gleich mit. Machen wir die mit. Ähm... Ja, dann gib ihm doch ein bisschen mehr Mana und ein bisschen Selbstbeherrschung. Ja. Oder so. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Okay. So, jetzt speichern wir aber. Speicherte du. Genau. Gratokalypse ist jetzt nicht mehr. Jetzt machen wir wieder ganz billig mit Zahlen. Ja. 74. Cool. Jetzt gehen wir mal Rinder. Ja, mal mit ihr reden. So. Trutsche. Wir wissen, dass du uns verraten möchtest. Ist uns egal. Ja. Wir gehen trotzdem mit runter. Ach so, jetzt muss ich dir wieder erst nach Hause schicken. Oh, Kinder. Ja, das nervt ein bisschen, dass die nicht einfach vor der Tür stehen bleiben und warten. Ich hab euch lieb, aber ganz kurz. Müschen wir mal weg, ne. Wir müssen uns noch kurz mal ein paar Weiber verkloppen. Dann sind wir mal wieder da. Ja. In den Südstaaten ist das ein ganz normaler Dienstagabend. Ja. Okay. Gut. Hier machen wir mal Rinder. Okay. Okay, Leute. Wir sind bereit. Wir können das schaffen. Diesmal haben wir alles. Ja, wir haben die Superratte erlegt. Wir sind 10.000 Level höher als letztes Mal. Genau. Und wir haben jetzt die Trollboyband am Rücken. Ja. Und bessere Rüstung und alles. Und alles. Wir können die Leute mit dem Schild anzünden und gucken, wie sie jemmern. Ich habe lebendig und einfach verbrennen. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Na? 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 Schwester! Ich bin schockert! Wie kam's denn noch? Ja, sie ist halt einfach... Ihr kennt das. Ihr kennt das schon. Ja, wir haben das... Also, wenn ihr es nicht mehr kennt, spurt 30 Folgen zurück ungefähr. Genau, oder macht einfach Pause und lest es euch durch. Genau. Ja, die reden jetzt so ein bisschen und... Also, es gibt ja diese dunklen Amazon-Kurzfassung und die wollen sie jetzt anwerben und deswegen hat Aidan Rolana in eine Falle gelockt. Rolana lässt sich aber nicht anwerben, weil sie das irgendwie doof findet. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir, also Rolana und Rolana, sich jetzt mit ein paar wild gewordenen Amazon-Damen-Anhängern Belhall-Hars kloppen. Na, okay. Dann gehen wir erstmal hinten wieder auf die schwachen. Na, ich mache erstmal defensiven Kampfstil. Haben so ein bisschen. Damit wir ein bisschen länger leben. Genau. Das ist immer gut. Und dann kloppen wir die immer... Genau. Amazon kloppen die Zweite. Genau. Auf geht's. Ah, das hätte mehr Schaden machen dürfen. Oh Gott. Die sind echt gut. Das Ding ist halt, dass... Die sind echt... Die als schwergerüstete Gegner zählen und wir nicht unbedingt die Fähigkeiten, die Skills haben, die mit schwergerüsteten Gegner... Durch die Rüstung sozusagen durchgehen. Obwohl er hat... Ne, Finte haben wir nicht. Finte haben wir nicht. Gut. Jetzt haut noch einmal drauf, dann ist die zumindest schon mal hin. Ja, wir müssen... Ja, okay. Nächster. Wir müssen auch mal ein paar... Wie, Kampf... Ich weiß gar nicht... Moment. Wieso hat sie... Okay. Egal. Egal. Ähm, nee. Nee, nee, nee. Hier. Kinder. Genau. Lass dich nicht verwirren, Julia. Mach bitte einfach den Kampf. Ja. Alles gut. Ich überlege nur gerade... Es gab noch mal irgendwann einen zweiten Lehrmeister für die Kampfheit. Das ist aber jetzt relativ fruscht gerade. Wir kämpfen jetzt gerade. Ja. Ja, ja, ja. Darum kümmern wir uns nach dem Kampf. Und zwar, wenn wir ihn gewonnen haben im besten Fall. Ja, auch wenn das gerade nicht so gut aussieht. Können wir einen Lebenstrang nehmen? Ja, natürlich. Dann lass das mal machen, weil Kolga hat Probleme bei uns. Ach. Dem geht's, weil er ist noch nicht verletzt, aber er hat keine Lebensenergie mehr. Und das ist dann schlecht. Immerhin nicht verletzt. Ja, das ist ja tatsächlich wichtiger, weil das dauert länger, das zu beheben. Das kann man auch an dem Kampf auch schlecht machen. Es sei denn, man hat einen Zauberer mit dem Entsprecher. Die haben gerade beide sonst wohin gehauen. Man weiß noch nicht, was der Plan dahinter war. Leute, ihr müsst auch treffen, sonst könnt ihr die nicht besiegen. Ja, wow. Wow, ein Treffer. Zwei. Stark. Es geht voran. Wenn auch zu langsam. Geduld. Geduld. Leute, Frauen verprügeln ist nicht so schwer, ja? Das kriegt man hin. Das ist machbar. Einfach schön Gürtel und dann geht's los. Siehst du, die drei treffen hier auch schon kaum, ja? Also auch das bringt eine gute Skillung mit sich, dass du einfach weniger getroffen bist. Und wenn, dann gibt es mal vier Schadenspunkte, das kann man verkraften. Ja, es sind auch einfach nur noch, also nicht ganz halb so viel Schaden wie eben, aber es ist jetzt, wenn wir die beiden Helferinnen da weg haben, dann geht das alles halbwegs. So, was ist jetzt mit ihr? Die will doch auch noch. Der Mutti, ja, die kriegt auch nochmal den Popo voll und dann ist... Genau. Das erlaubt sich eigentlich, uns ihre Brüste da so zu präsentieren. Die soll jetzt mal her. Auch dagegen hab ich nichts. Ja, gut. Ah, jetzt hat sie schon was gebrochen. Alles gut, yes! Amazonen-Prügeln hat geklappt. Hier. Okay. Also, wir wurden bisher jetzt noch nicht so oft verraten. Das ist eher dir passiert jetzt, aber ich sag nichts. Ja, man kann ja auch aus den Fehlern anderer lernen. Ja, nee, kann ich es ja nicht selber machen. Das macht doch Spaß. Und Amazonensäbel können wir ihr direkt wahrscheinlich geben. Natürlich. Wahrscheinlich ist das gleich gut. Und die Amazonen-Klamotten können wir wahrscheinlich auch ihr geben. Ja, wir können ihr jetzt entweder diese Sache mit den, also das von der Chefin da anziehen, dieses dunkle Amazon-Outfit. Oder wir geben ihr das. Natürlich geben wir ihr das hier. Das sieht natürlich schicker aus. Weil das ja auch ihrer, sag mal, Geisteshaltung natürlich mehr entspricht, als dann in dem Outfit von dem Bösen. Und er kann es nicht anziehen. Er kann es nicht anziehen? Warum eigentlich nicht? Was eigentlich schade ist, das würde Jost bestimmt gefallen. Jost würde auch stehen, würde es Jost. Ja, naja. Kann auch sein Kleid drüberziehen, wenn er möchte. Nee, aber das wird ihm nicht stehen. Das, nee. Nee. So, jetzt müssen wir das alles ihr noch geben. Genau. Und den Rest können wir dann eigentlich verkaufen. Ja, das bringt ganz gut. Na, vor allen Dingen liegt es halt sonst nur rum bei uns. Eben. Oh, goldig. Oh. Schick, oder? Als hier im Röckchen. Schon nice. Na ja, also ein Röckchen ist das nicht. Das ist ein, wie heißt das? Ländenschutz. Ja, also der hat ja die Hosen noch drunter. Ja, die Hosen an. Die Frau hat die Hosen an. So, wir hatten noch einen neuen Säbel bekommen. Genau, den Amazon-Säbel. Den Amazon-Säbel kann man ja mal... Wicht hat er den? Was machst du mit dem Amazon-Säbel? Weiß ich nicht. Kink. Den wollte er mit rumsäbeln. Ja, nur so ein Brot mitschneiden. So, der ist doch jetzt höchstwahrscheinlich. Wir haben es nicht nachgeguckt, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, der ist stärker als der andere. Ja, ein W6 plus 6, ein W6 plus 4. Die ist schon ordentlich. Schon. Drittel stärker, wenn man so will. Ja, kann man so sagen. Sehr schön, mal 50% sogar. Wieder was abgehackt. Wieder was abgehackt, äh, gehackt. Und noch ein Fass getötet. Das war mir wichtig. Stirb, du mieses, mieses, kleines Fass, du. Können wir trinken. Das können wir trinken. So macht man das mit Bier. Tatsächlich. Ich mag ja kein Bier. Ich schon. Wollen wir die Folge, oder? Wollen wir die Folge, oder? Wir wollen doch erstmal noch unsere Kameraden wahrscheinlich wiederholen. Und wir müssen Zeug verkaufen. Lass uns das doch noch machen. Okay, alles klar. Also, ihr dürft mal ein bisschen zugucken, wie wir herumlaufen. Und Leuten dieses Zeug aufschwatzen. Naja, klar. Ich meine, es ist lustig, so dunkle Amazonenrüstung, jemandem aufzuschwatzen, ist auch nicht so einfach vielleicht. Ja, aber er ist Rüstungshändler. Also, wir sind hier wenigstens eine... Vielleicht mag er das. Genau. Er kann sich das dann zu Hause hinstellen oder so als... Wandschmuck. Genau. Guck mal, die Kettenhemdsachen, das können wir doch auch wegkauen. Das war von ihr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, er hat die... Er hat die Sachen noch. Genau. Ja. Naja. Was soll's. So, jetzt suchen wir uns unser Team wieder zusammen. Unser Dream-Team. Die Babys. Oh, schon wieder. Achso, wir gehen... Wir sind immer noch schnell hier in den Stadtpalast von Graf Grovin. Zu dem müssen wir ja... Gleich mit dem reden. ...sowieso im Rahmen der Hauptquest. Ja. Dann quasseln wir jetzt... Genau. Auch wenn da jetzt nicht die gesamte Mannschaft dabei ist. Aber wir werden das verkraften, wenn wir Maronis zu Graf Grovin gehen. Das ist auch eine Sache für Führungskräfte jetzt hier auch einfach. Die laufen ja eh nur hinterher. Seit wann ist Rolanda eine Führungskräfte? Die ist... Andererseits, die ist die kompetenteste von uns allen eigentlich. Insofern... Richtig. Wollte ich schon mal sagen. Außerdem guckt ihr mal die geile goldene Rüstung an. Die ist die einzige außer uns, die sowas trägt. Stimmt. Wir sind jetzt für einen Partner-Lock hier. Richtig. Das muss ja auch irgendwie was bedeuten. Geiler Scheiß. Die Musik ist ganz nice. Ja, ne? Rolanda, was... Kommst du... Die traut sich nicht. Die traut sich nicht. Die darf auch einfach vielleicht nicht, weil sie eine Frau ist. Das klatscht gleich. Die steht hinter der Tür. Ja, ich weiß. Ich wollte da mal wieder rausbacken. Was nicht so richtig geklappt. Ah, ja. Rolanda. Lass sie doch da stehen. Ist doch jetzt egal. Es geht sie auch eigentlich gar nichts an. Graf Grovin. Hi. Das Schild des Pendral. Der Schild des Pendral. Genau. Ein wirklich schönes Stück. So, ja, passt zu mir, ne? Möge die Weise hier sind, dem wir meinen Neid nachsehen. Ja. So, so, überzeugt ist er davon. Normalerweise hätte der alte Kautz da gar nicht so unrecht, mein Junge. Aber zur Zeit ist unser Kontakt zu Morolosh eher schlecht bestellt. Schade. Das klingt nicht sonderlich gut. Was ist denn geschehen? Tja, wenn ich das so genau wüsste. Seit einiger Zeit schon ist unser malerisches Zwergenviertel von den Felsenbeißern abgeriegelt. An für sich nichts Ungewöhnliches in Krisenzeiten mit all den Morden und Handelsstreitigkeit. Ich bin auch Felsenbeißer, wenn man Felsen durch Mandelhörnchen ersetzt. Dann bist du sowas in der Art, ja. Doch, das ist unser guter... Es ist sehr nah dran, Junge. Ist okay, ist okay. Felsen, Mandelhörnchen. Mandelhörnchen. Alles gleich. Das selbe. Wenn Felsenbeißern die genauen Gründe für die anhaltende Sperrung zu erfragen, wurde er ungewöhnlich schroff abgewiesen. Auch das kommt hin und wieder mal vor, wenn dem Anführer der Felsenbeißer mal wieder eine Laus über die Leber gelaufen ist, über den Felsen gelaufen ist. Genau. In diese Szene haben wir übrigens auch mitbekommen, als wir das erste Mal mit Graf Gerling gesprochen haben. Da stand ja am Tor zum Zwergeviertel und hat sich mit der Zwergeviertel rumgeschlagen. Dieser kleine dicke Mensch, den wir gefragt haben, wie wir in die Burg über den Silberfällen reinkommen. Ja, ja, doch. Stimmt, stimmt. Hier in solchen Fällen, dass Gerling dann meist seine guten Beziehungen zu Murelosch spielen und fordert einen schriftlichen Schiedsspruch vom Felsenkönig Arombolosch an. Da wir auch aus Murelosch schon einen Grauumsweiche keine Nachrichten mehr erhalten haben, fürchtet mein oberster Diplomat nun, dass auch dort vielleicht etwas nicht stimmt. So, okay. Deshalb nach Talon. Das kleine Tal, in dem es gelegen ist, diente früher als diplomatischer Treffpunkt. Und wir hören nach Talon. Auf nach Talon. Dann haben wir ja eine Aufgabe. Ist doch gut. Juti. Genau. Auf nach Talon. Wir holen uns jetzt unser Team und nächstes Mal rennen wir Richtung Talon. Da ist er wieder der Kucker. Ja, super. Hat sich doch reingetraut. Hin teleportiert. Wir sind dieses Licht so schön hier. Ist echt hübsch gemacht. Ne? Sehr schön. Juti, wir machen Päuschen nächstes Mal auf nach Talon. Esst euer Mandelhörnchen und euren Felsen auf, je nachdem, was ihr gerade habt. Genau. Wir sehen uns. Schmeckt ja beides. Genau. Tschüss.